Nein Bruder, komm her, setz dich hin. Aber wie viele sind da drin? Was willst du damit? Weil du kotzt. Was soll so viel kotzt haben? Auf jeden Fall, servus Leute. Ihr seht schon, hier ist irgendwas komisches aufgestellt. Das ist Bratwurst. Natürlich Rinder, Rindfleisch. Bevor jetzt irgendwelche Hodgers da sagen, Schweinefleisch und so, mein Kopf ficken. Hot Spicy hat 20.000. Dieses Scoville, oder wie das noch heißt. Der kommt mega hot, das hat 80.000. Der Wild hat 250.000. Und Burnout hat 1.000.000. 5.000.000 haben wir nicht genommen, weil die hatten das nicht. Zum Vergleich, der Schärfe. Das hier zum Beispiel, Hot Spicy, Nummer 2. Das hat er nur 20.000. Und Tabasco hat 3.000 Scoville. Achtfache von Tabasco. Und damit fangen wir an. Von jeder Portion, jeder muss 2 Stück essen. Und dann kommt die nächste Portion. Das Ding ist Leute, wer nicht mehr kann, bei Bestrafung, er muss ein Chai-Glas Jalapeno Wasser trinken. Janne, er ist sowieso gefickt. Von Schärfe, als Bestrafung geht der noch mehr schärfer. Guck mal, Alter, den Fotzer. Ein kleines Stück, Alter. Bei mir ist viel mehr Soße, Alter. Bei mir ist viel mehr Soße, Alter. Wir haben 20.000 Scoville. Wir fangen an. Hä? Was ist das? Ich nehme sie mit extra Soße, hier. Verpiss ich. Was ist das? Hä? Hä? Der Mann hat uns verarscht. Das ist gar nicht scharf, Alter. Nummer 3. Mega-hot. Mega-hot. 80.000. Doch, Mann, das ist schon ein bisschen scharf. Also das ist nicht scharf, aber so scharf. Kann man auf jeden Fall locker essen. Man, locker easy. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Das ist schärfer. Boah. Der ist scharf, ne? Ich hab auch voll gegen mein... Aber locker easy, Digga. Aber schärfer als das schmeckt nicht mehr. Das kann man auch. Boah. Kannst du, dass du so oben reinknallst? Das war ja eh nicht krass, ne? So 20.000, 80.000. Ja. Jetzt kommt 250.000, Digga. Tabasco ist schon scharf. Das hat nur 3.000. Das hat 250.000. Das heißt ja noch Devil. Riecht Radar. Boah, Alter, das... Das ballert. Hier, Digga. Du bekommst den hier. Nein, mach verpiss dich. Bruder, das brennt direkt. Mein Mund ist auf. Brennt direkt. Oh, du bist auch kruder, Alter. Ihr ist zu frühstückscharfer, mein Armin. Boah. Was, wir gehen klar lang. Jetzt, jetzt hängt er an. Jetzt fehlt er grad in meinem Mund. Komm mal. Ich bin meinen Lippen gar nicht mehr. Ich habe schon zwei gegessen. Ich auch. Und egal, wir müssen weiter. Wir schauen beim letzten, Digga. Einen noch, jeder einen noch, mir egal. Schon groß, Michael, such aus. Nimm den. Den großen? Ja. Wenn du sicher auf die Nase kommst. Leute, auf jeden Fall bis jetzt, bis jetzt war das gar nicht scharf eigentlich. Ist das auf jeden Fall scharf. Ja, ist scharf, aber... Alleine kann man das oder so nicht essen. Boah, warte, wir machen die noch. Irgendwann muss einer verlieren, Bruder. Wir müssen so lange essen, bis einer wirklich stinkt. Boah, wie das schon aussieht, Mann, Digga. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Er hat gesagt, bei denen echt aufpassen. Wir hatten gerade 250.000. Und das ist jetzt nochmal viermal so scharf, Bruder. Gönn dir. Keine Pause machen, bitte. Nein, Digga, lass mal durchziehen. Boah, wenn ich... Boah. Riechst du das auf, wenn du das riechst, das brennt einfach. Man darf erst Brot und zuerst, wenn man den zweiten gegessen hat. Tamam. Aber trinken... Nein, Bruder, trinken auch nicht. Erst, wenn man den zweiten gegessen hat. Biss mir leidach, Mann, rein. Was ist los mit dir? Was geht da? Ist das ein Erdner? Ey, er hat doch den zweiten, Mann. Ich auch, wow, ja. Mir geht es auch nochmal schön. Die ganzen Tränen sind in den Augen gerannt. Okay, ich jetzt auch. Ess mal. Ich habe vergessen. Ich schmecke gut. Boah. 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 Ich schwitze schon, Mann. Boah. Ey. Jetzt nicht mehr essen, Mann. Popo kommt aus meiner Nahtung. Das geht nicht weg. Ja, Mann. Hab das aus. Mein Mund ist taub, Digga Isst du jetzt mal Überleg was Schärfes, das zu trinken eigentlich? Ich spür einfach meine Zunge nicht, Mann Nein, ich esse nicht Trink ich Ressi Was bist du für ein Kohl der Land, Digga? Okay, Mann, ich esse Guck mal, Alter, mach dir mehr auf Cheekkäfte, Alter Guck mal Brot, Mann Du hast direkt mit Brot gegessen danach Was ist das für ein Kurde, Junge? Okay, sonst Kurde, mach schon Ist ekelhaft, ne? Boah Mein ganzes Zunge ist einfach taub Wenn ich das noch ein esse, musst du noch ein essen, ne? Ja Du Wichser, dir ist das eh egal Du willst du, dass ich noch leise bin Nimmst eh diese Krab Komm rein Boah, mir geht's nicht gut Dieses ganze Machen, ne? Mach deinen Kopfschmerzen, Alter Tschüss, Alter Hab beide Gläser schon ausgetrunken? In welcher Zeit? Hier Schmeckt gut Boah, er läuft dann Ich hab gewonnen Du hast verloren, Bruder Ja Ey, Bruder Wo sind diese Bullshit? Boah Ah Ah Mann Du hast kurz voll weg Bei mir ist das schon weg Das ist so gut, Bruder Gib mir auch rein Mh, mh Mh, mh Mh, mh Mh, mh, mh Mh, 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 mh Mh, 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 mh Lass mich das zu mir kommen, bitte Ich kochse das Danke, Bruder Meine Lippen außen brennen Das tut voll gut Mh, mh Mann, ey, übertreib nicht immer an Nicht komplett, was machst du, Mann? Trink das mal schnell, komm Wollah, ich muss kochen Bestrafung, ich hab gewonnen Oder isst du noch einen von denen jetzt? Nie im Leben esse ich das Boah, stell mal vor, die hatten 5 Millionen, Digga Das ist der Tod Das war der Tod Das wär der Tod ruhig persönlich Das ist doch wirklich scheiße Mann Was gibt mein Lippen, Bruder? Mann, man hat's ja Bauch ist voll, Mann Dann hab ich noch einen Liter nichts getrunken, Mann Kakao Was hast du mit diesem Kakao gemacht, Alter? Alter Boah, man braucht die da Hahahaha Ey Bruder, wenn du kotzen gehst, warte Nein, ich muss mich kotzen Warte? Auf jeden Fall, Leute Mir geht's gar nicht gut Bei Lars ins Auge Lieb am Popel Alles brennt Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach gar nichts Ihr wisst Bescheid Ciao 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 Ich mach mein Musikvideo ab, was jetzt in einer Woche inshallah kommt Ciao Ciao